Ihr habt keine Aufträge, ihr habt auch keine Aufträge, gut das heißt wir können wieder runter zur Stadt marschieren, das heißt wir gehen hier oben als nächstes lang, dann gehen wir hier runter und machen hier alles. Habt ihr die Unruhe aus dem Garten vertrieben? Nein, noch nicht. Als Sie bitte. Ein Wegemaier kann mit diesem Artefakt Energie aus einem Knoten sammeln. Boah, auch klar, gemein wieder. Boah, auch klar, gemein wieder. Ihr order is clear. As you please. We can do it, together. Your order is clear. Your order is clear. Your order is clear. I know this place. Monsterhöhle, ich glaube da sollten wir erstmal die ausschreiten. Your order is clear. Ich würde sagen, da gehen wir erstmal, wenn wir schon hier oben sind, ist es da oben lang. Wir können das zusammen machen. We can do it, together. We can do it, together. We can do it, together. oder sowas in der Richtung. Hm. Und ja, hier müssen wir rein für das Ritual. Also hier bis zu dem Lager gehen wir noch, aber da weiter will ich jetzt erstmal nicht. Magier-Okkultisten. Okay. Ihr habt sehr viele Eber. Hm. Scheint aber mit niemandem reden zu wollen. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Und verhauen mal wieder ein paar Untote. Haben wir auch schon lange nicht mehr. Seit der ersten Mission nicht mehr. Es ist interessant, was wir im ersten, also im Vorgänger an Untoten verdroschen haben, verdreschen wir hier an Vorrocks, Monstern und Tieren. Grundsätzlich ist das bis jetzt keine anderen Gegner gewesen. Ab und zu mal ein paar Briganten und Untote dazwischen, ja, aber abgesehen von dem einen Untoten-Lager da hatten wir keine Untoten bis jetzt. Man merkt halt, ich hab's ja erwähnt und ich erwähne's gern noch mal, ist ja kein so großer Spoiler, dass dieser Teil hier vor dem Vorgänger spielt. Zombies und Skillette. Und randern die Zombies, dass die nicht im Fernkampf gefährlich werden können. Und hier ist noch die Skelette. Der Garten ist von Untoten gesäubert. Wir müssen dem Pörster die gute Nachricht bringen und ihm bitten, mit dem Naturaltar zu helfen. Also uns mit dem Naturaltar zu helfen. So, das heißt, wir gehen dann hier runter, hier rum, erst an den Energieknoten, dann gehen wir hier so hoch. Holen uns das Artefakt, was die Stadt braucht. Titanschwert von Wolfsgrube, ja, das können wir auch machen. Wolfsgrube, Wolfsgrube, die sind hier. Hier sind die, ist der Energieknoten, den ersten, den wir ein bisschen absaugen sollten. Wolfsgrube, Fall in! Ja? Ihr order ist klar. Wir haben alle die Unzäknoten in Ihre Garten. Ach, wie nett, da müssen wir wenigstens nicht mehr hierher zurücklaufen. Der Altar ist aktiviert. Dankeschön. Ja, findet die Brigantenarmee. Findet heraus, wer das Elfen-Artefakt gestohlen hat, ja. Ich würde ja lachen, wer hinter alle, indem die Kultisten da oben stecken würden. Und ja, wenn wir wieder hier ankommen. Also einmal hier so rumgegangen sind, dann gehen wir zum Chaos-Altar. Weil hier haben wir auf jeden Fall schon mal alles. Hm. Oh. Holt uns hier raus! Ich muss mit den Briganten resen können, dass Artefakt der Elfen gestohlen haben. Was wollt ihr, Magier? Lass die Menschen aus ihrem Viehgatter frei. Was werde ich essen, wenn ich sie frei lasse? Was werde ich essen, wenn ich sie frei lasse? Wie wäre es mit geröstetem Wildbeer oder Wildschwein? Gib mir ein Spiel und ich lasse die Menschen frei. Ich werde niemals in der Lage, auch einen gewaltigen Appetit zu stillen. Wo soll ich so viele wilde Tiere finden? Jagd unser Wasserstelle in der Nähe. Bring mir frisches Fleisch. Ja. Geht auf die Jagd, um den Ogre mit Fleisch zu versorgen. Der Ogre ist einfach schon, den Briganten gehen zu lassen, wenn er jeden Monat Fleisch bekommt. So, erst mal die Wolfskrube. Ogrehütte. Wasserstelle, ja. Meine Elfenkrieger sind gerade nicht effektiv. So, wieder ein olles Titanschwertmeer. Hm. Geht uns aus hier! Was macht ihr in diesem Viehkrieg? Dieser Blockhade eines Ogre wird uns essen. Seid uns und wir geben euch ein wunderschönes Artefakt. Was für ein Artefakt sprecht ihr da? So, es war ihr, der die Elfen beraubt. Wir geben es zu, wir geben euch alles, was wir gestohlen haben. Dann werde ich mit dem Ogre reden. Mhm. Gut, okay. Ja, nehmt dem Briganten das Elfen-Artefakt. Die Briganten, die das Elfen-Artefakt gestohlen haben, sind in die Falle des Ogres getappt. Ja. Das sind die Briganten, die vermisst werden. Hm. Also da ist die Wasserstelle. We are under attack. Grizzly-Beeren, die sind nicht so schlimm. Und das ist schon wieder Nahrung. Und das hier müsste die letzte Wolfshöhle dann sein. Ne, hier ist auch noch eine. Aber ja, erstmal hier lang. Und ich glaube, wir werden das in dieser Aufnahme-Session doch nicht ganz schaffen, weil es ist ziemlich verstreut alles. So, dann erstmal zu dem Altar hier. Mal sie dann Quick-Safe machen. Bis jetzt kommen wir ja relativ gut zurecht. Wir haben aber keine Units mehr aus dem ersten Level, was ein bisschen schade ist. Wir sind unter attack. Wir sind unter attack. Die Energie vom ersten Knoten ist in der Sphäre. Die Energie vom ersten Knoten ist in der Sphäre. Lass uns zur nächsten gehen. Okay, wir haben den Knoten leer genutzt. Hier sind mehr als genug Epo. Hier. Wie finden Sie da. Über weniger was mit Fall.